Ja, das ist der wunderschöne katholische Dom hier in Zeitz, St. Peter und Paul. Und hier sehen wir auch die Fürstenloge von 1664 und 1674 wurde diese schöne Kanzel gebaut. Und die Fürstenloge verbannt den Wohntrakt der Fürsten direkt mit der Kirche, nämlich hier vorm Schloss konnten die hier rüber spazieren, ohne nach draußen zu gehen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Und von 1671 ist dieser wunderschöne Altar. Und das Besondere sind einfach diese Zwillingsorgeln, von Eulen neu errichtet nach der Zerstörung. Das ist die reale Orgel hier mit Spieltisch. Und diese ist die stumme Orgel, die sozusagen als Schmuck und Gegenstück nebendran ist.